So nah am Ziel und doch so weit weg. Das kann es gar nicht sein. Beim SI sollte dann auch immer gleich alles so überhangmäßig. Ich probiere was aus. Ich hoffe es funktioniert. Wir nehmen einmal das. Nein. Ich sehe nichts. Es funktioniert. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich im bescheißen Gurt bin? Ja. Also wenn so einer kann, dann definitiv. Schau her, und Ersatzteile haben wir da auch. Ja. Dann bauen wir uns da mal. So ein kleines Skateboard. So. 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 Moment. Dann sollten wir weiter hündereeren. Und hier gehen wir dafür ganz Vorn hin. So strecken wir, dass ich zurückSH Curiosity. Theoretisch nicht weit. Können wir also reichen? Mal von der Seite Und da das Urventilator uns reicht Fast Diese FD ist wohl ein bisschen büffelig Ich war nicht einmal so schlecht Das brauchen wir immer mit uns nicht Sollen wir laufen? Die ist drauf Ich war genau so blind Genauso wollte ich das haben Wir haben ja manchmal echt mehr Glück Ich habe mich nicht voll verstanden Das wäre zu schön gewesen Das wäre zu schön gewesen Okay Aber Bei solchen Sachen Ist auch ein Trick Brauchst du einen Bogen Nehmen wir einen Bombenpfeil Man sollte treffen Man sollte treffen Funktioniert genauso Ach schön Das wäre nicht Was wir nicht Was wir wirklich hätten Aber hey Hat funktioniert Aber da gibt es noch mehr Früchte Das wäre ja Mit Hohe Okay Obwohl wir schon ein Schrank Verlassen könnten Hier haben wir noch wieder Krieg 17. Ich find's so geil, ne? Hoffentlich weiß ich es jetzt auch wird. Wir haben noch keine Rüstungen in Schreinen gefunden, oder? Wenn, dann nur in Höhlen. So sind die Schreine aber schon dann ein bisschen modig. Wenn man von Haus aus wurscht, dass man eigentlich nichts Geils aus den Truhen rauskriegt. Ja, 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 quatsch mich nicht wohl. Ja, Florian, das hab ich schon gehört. Allerdings haben sie natürlich schon neu wieder gefunden, ne? Sind zwar natürlich um einiges umständlich und auch nicht mehr so praktikabel, aber theoretisch würde es noch gehen. Haben wir mir was für unsere Goja Kugeln. 25 Stück kamen wir noch. Einmal einschmeißen. Was drehen wir alles? Viele Sachen, die muss man schon fahren. Also, ich glaub wir werden mir nichts Neues mehr drehen. Juhu! Oder? Ne, wir haben alles. Ich möchte eigentlich da rüber. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, weil ich mir das vorstelle. Äh nochmal, also sie haben schon wieder neue Glitches gefunden zum Duplizieren. Allerdings sind die nicht mehr so praktikabel, relativ umständlich. Aber es würde theoretisch noch gehen. Woher we go? Äh, wir wollen alles. Mal gucken, wo ich überhaupt bin, nicht, dass ich runterblumse. So geht's. Wie ein Zäpfchen. Das wird eng, oder? So kann's gehen. Wie geht's denn da noch auf? So noch ein ganzes Stück. Haben wir was mit der Bautomatik. Wie geht's ab? Wie geht's mit der Bautomatik. 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 Was gibt's ja nicht! Weh... weit... oben... Komm, wir bauen, hm? Wir müssen mal... ... ein bisschen auffüllen. Wo ist denn? Leider mal da! Oh Gott! Da war aber mit der Rakete nie heraufgekommen. Und das geht nur weiter rauf. Oh Gott! Weh... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay!